Ich würde sagen, weiter geht's. Wollen wir uns doch mal die Drohle angucken, oder? Ach komm! Alter, ich habe doch gerade erst zwei übelst Gegner geklatscht. Warum schickt die mir jetzt wieder die Fußsoldaten? Mann, Mann, Mann. Was? Na ja, komm. Warte, was? Das sind nur Hologramme. Gut. Ich dachte schon, ich muss jetzt hier noch gegen die Mops kämpfen. Was? 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 Das sind engen Gassen hier zu kämpfen ist nicht schön. Was? 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 Oh nein. Was? 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 kamen Was? Was? Alles, was? Oh nein. Wir befinden uns jetzt alle meine Person. Alter, die ist genauso stabil wie die anderen. Hör doch mal auf damit, Mann, du altes Muttchen. Was sie da macht, ist ein bisschen fies, ne? Die ganze Zeit fliegen und unter uns hier den Boden wegmachen. Ja, ich auch, Kira. Ich brenne genauso wie du. Jetzt beginnt der echte Kampf. Ach so? Cool. Ach so? Streckt euch mehr an! Alter, diese große Schnauze von der, ne? Ach so? Ähm, hallo? Alter, das sehe ich jetzt. Erst 488.000 live? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Das nächste, was ich die ganze Zeit mache. Kira bleibt am Leben, Mädel. Nee, ich tue nur so. Naja, warte mal, noch's Leben, Alter. Naja, warte mal. Naja, warte mal. Ich lasse euch nicht gewinnen. Naja, warte mal. Alter! Ich bin auch gleich dauernd hier. Ich lasse euch nicht gewinnen. Kira, heil dich! Hui, war nicht stabil. Okay. Dahin. Oh! Oh! Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Es ist eine Weile her, seit ich so einen Kampf erlebt habe. Ihr könnt stolz auf euch sein. Jetzt verstehe ich, wie ihr euch euren Ruf verdient habt. Und wenn wir schon von Verdiensten reden, ich denke, ihr habt euch ein paar Informationen verdient. Ihr habt nach den Revanitern gefragt, oder? Wir waren diejenigen, die sie mit Nova Blade zusammengebracht haben. Haben ihm sogar bei ein oder zwei Überfällen geholfen. Als sie dann mit dem manipulativen, geheimen Kriegsunsinn angefangen haben, haben wir uns verabschiedet. Ich habe den Krieg satt. Haben euch die Revaniter sonst noch etwas über ihre Pläne verraten? Leider nicht. Ich weiß aber, dass sie irgendwo auf dem Planeten eine ganze Flotte von Kriegsschiffen versteckt haben. Ich habe keine Koordinaten, aber sie ist hier. Wenn ihr sie finden und vernichten wollt, nur zu. Mir hat dieser Planet um einiges besser gefallen, bevor sie aufgetaucht sind. Ich hätte nichts dagegen, wenn ihr euch dem Kampf anschließt. Das werde ich im Hinterkopf behalten, aber ich fürchte, ich habe hier genug zu tun. Flicken wir euch wieder zusammen, Voday. Ich habe es euch viel zu leicht gemacht. Na denn... So... So... Wow... Ganz schön hier... Ganz schön hier... Diese cotton ihje die viel kurz raus tun so ein flashpoint oder erlischt wo geht es hier hin Nicht dahin, wo ich hin möchte. Okay. Schade. Nee, die Transporter sind nicht erlaubt. Wir können uns keine Unbesonnenheit leisten, Jakarro. Teron zu verlieren ist schlimm genug. Sollen wir dich auch noch verlieren? Aber, aber beruhigen sie sich. Königin Lina von Onderon befand sich einst in einer ähnlichen Situation und ihre Lösung war ziemlich kreativ. Halt die Klappe, Droide! Was ist passiert? Wo ist Teron? Er wurde gefangen genommen. Die Nova Blade Daten zufolge sollte sich ein Rivanita Unterschlupf in diesem Dorf befinden. Und als wir die Sache untersuchen wollten... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Teron ist der einzige, den die Rivanita gesehen haben. Sie wissen wahrscheinlich nicht, dass hier noch mehr von uns sind. Diesen Vorteil müssen wir erhalten. Wenn wir uns beeilen, können wir die Rivanita noch einholen, bevor sie wieder verschwinden. Dafür ist es längst zu spät. Bitte, dies ist nicht der richtige Zeitpunkt für leichtsinnigen Heldenmut. Ich denke, sie alle machen sich zu viele Sorgen. Sie haben ihn lebendig gefangen genommen. Das ist doch ein gutes Zeichen. Wahrscheinlich foltern sie ihn nur ein wenig oder verhören ihn. Und dann erzählt er ihnen von uns. Oh nein! Das ist kein Problem. Teron verfügt über mehrere verborgene Implantate, die es ihm erlauben, physischen Schmerzen und chemischer Manipulation zu widerstehen. Ein erfahrener Machtanwender könnte dennoch herausfinden, was er weiß. Mir ist es noch nie gelungen. Und ja, ich habe es bereits versucht, was sicher niemanden überrascht. Terons Geist ist sehr geordnet und überaus unbeugsam. Das verdankt er wahrscheinlich seiner Erziehung durch die Jedi. Er wird unsere Geheimnisse sicher bewahren und wir werden ihn retten. Aber im Moment müssen wir uns konzentrieren und alles genau planen, so wie er es tun würde. Ihr habt recht. Wir müssen uns an die Mission halten. Wenn wir die Rivanita finden, finden wir auch Teron. Ganz genau. Wenn wir Glück haben, erfährt er vielleicht sogar etwas über ihre Pläne. Also, was habt ihr von den Mandalorianern erfahren? Rivan verfügt hier auf Rishi über eine geheime Flotte. Er bereitet sich auf irgendeine Schlacht vor. Eine geheime Flotte? Piraten, die Handelsrouten verändern? Das ist es. Sie beeinflussen nicht nur die Handelsrouten, sondern auch imperiale und republikanische Patrouillenwege. Rivan will sie in einen Kampf verwickeln. Hier über Rishi. Wenn seine Schiffe ins Spiel kommen, könnten beide Flotten zerstört werden. Das muss sein Ziel sein. Beide Seiten zu schwächen, damit er seinen Zug machen kann. Wir müssen eine Möglichkeit finden, das zu verhindern. Ich weiß, wo sie sich aufhalten. Nach der Gefangennahme von Teron habe ich ihre Übertragungen abgefangen. Die anschließende Triangulation der Position ihrer Basis war eine simple Rechenaufgabe. Ich habe sie bereits vor 87 Sekunden abgeschlossen. Sie verstecken sich auf einer kleinen Insel, nicht weit von hier. Die einheimischen Rishi haben auf derselben Insel ein Handelsdorf. Sie bieten uns sicher angemessene Unterkunft. Dann lasst uns aufbrechen. Wir müssen hier sämtliche Spuren verwischen, die wir vielleicht hinterlassen haben. Geht schon mal vor, wir treffen uns später. Oh, wie ich das Wischen geliebt habe. Okay. Na dann. Na dann, na dann, na dann. Na dann, na dann. Na dann, na dann! Ich bin mir mal deine Reihe und Frau namens doch sicher ein paar Wischen. Ich bin mir von unten auf der Stelle. Ich bin mir nicht mir von unten. Ich bin mir von unten in der Kreise. da hin, aber ich muss dahinter zu dem Transporter. Hä? Was ist denn das für eine Logik? Muss ich einfach nicht verstehen. Und warum ist hier oben das leer? Ah! Da lang! Ne, da rum. Da lang. Da lang. Wow! Da ist ja noch was komplett unaufgedeckt. врем doch. Da, da. Da. Ahem. Ahem. Geht gleich weiter. So ein Popöchen. Oh, das sieht einfach nur so babamäßig aus. Oh. 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 Apropos wie viel Geld haben wir 53 Kann nix kaufen Schade Schade Schokolade Kein Loot So was Oh was seid denn ihr Oh Schweinehaxe Leggo Schon wieder laufende Chicken Nuggets Was seid Chicken Wing Chicken Wing Ich weiß dass die Rishi keine Primitiven sind Aber Cosmogoliten würde ich sie auch nicht gerade nennen Ein falsches Wort und sie hassen die Jedi für immer Hi Das ist eine coole Maske Seid gegrüßt Wir haben euch am Strand kämpfen sehen Die anderen Fremdlinge waren sehr unfreundlich Wir sind viel freundlicher Seid ihr hier um zu handeln? Braucht ihr eine Unterkunft Fremdlinge sind bei uns stets willkommen Danke für den herzlichen Empfang Ich bin überrascht, dass ihr Fremden gegenüber so offen seid Wir lieben fremde Besucher Ihr habt so viele interessante Dinge zu erzählen Ein ganz neuer Fremder Eure Sprache ist uns unbekannt Bitte sprecht doch mehr Oh das ist nicht nötig Ich kann hervorragend für uns beide sprechen Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen Der andere Kopf kann auch sprechen Und ich dachte, er wäre nur zur Zierde Faszinierend Ihr habt andere Fremdlinge erwähnt Die, die mich angegriffen haben Was wisst ihr über sie? Nicht viel, fürchte ich Sie gehen uns für gewöhnlich aus dem Weg Es erscheint etwas unhöflich Aber wir wissen, dass unsere Sitten anders sind Sie haben ein paar Lager aus der Insel Und sie tragen unterschiedliche Farben In manchen Lagern dunkel, in anderen hell Aber sie arbeiten alle zusammen So wie ihr Revanita Manche von der Republik Manche vom Imperium Ich glaube, ihr habt recht Ich werte immer noch Terons dekodierte Nova Blade Daten aus Sucht diese Lager auf Und stört sie so gut ihr könnt Kira ist zu klein Ich muss flirken Ich fände es schön, euch an meiner Seite zu haben Ich würde wirklich gerne Aber ich glaube, ihr kommt auch ohne mich klar Hier wird meine Hilfe dringender benötigt Man, wo ich Kira dabei habe, oder was? Man, komm doch zu mir Du hast ein schönes Leben an meiner Seite Och Mann Da ist doch nichts dabei Oh Gott Oh, ne fette Schweinehaxe Von der wird man alle Male satt Noch mehr Schweinehaxen Schweinehexien sogar Oh mein Gott Das hört sich so dämlich an Oh, ich hoffe, die stürzt nicht ein Ist gefährlich hier mit automatischem Fahren rum zu eimern Okay, wir sind da Teilweise Ganz viele Gegner Vielleicht können wir die ein bisschen austricksen Nein, können wir nicht Ich will nur schnell sterben Nur schnell stirbt niemand Ach shit, ich dachte wir können hier ein bisschen austricksen. Ha, können wir doch teilweise, schön, was bist du, riesige Sandkrabbe, ne. Ich muss da hoch, dann kämpfen wir gegen die und dann glitschen wir uns an der Wand hoch. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Schönen wirken. es ist der kotzen muss Nun gut, ihr habt uns wohl erwischt Was werdet ihr tun, Jedi? Muss ich mir jetzt euer engstirniges Geschwafel anhören oder schwebt euch etwas Endgültigeres vor? Für heute ist genug Blut vergossen worden, meint ihr nicht auch? Wenn ihr das Blutvergießen wirklich beenden wollen würdet werdet ihr auf unserer Seite Wir haben geschworen, die Regierungen zu stürzen die die Galaxis schon so lange spalten und diesen Krieg zu beenden Mit welcher Rechtfertigung stellt ihr euch uns in den Weg? Euer Verrat an der Republik hat tausende von Leben gekostet Alles nur um den Worten eines einzelnen Wahnsinnigen zu folgen Revan durchschaut die Lügen Er weiß, wie die Galaxis zu retten ist Vor was retten? Dem Krieg? Revan führt schon seit Jahrhunderten Krieg Er ist besessen davon Der Mann, dem ihr folgt hat vielleicht versprochen, uns alle zu retten aber dabei ist ihm jede Manipulation und jedes Opfer recht Was ist, wenn am Ende niemand mehr übrig ist, um gerettet zu werden? Ich... ich weiß nicht Was wollt ihr von mir? Warum erzählt ihr mir das alles? Ich glaube, ihr wollt das Richtige tun Wenn ihr zur Republik zurückkehrt, ist es dafür noch nicht zu spät Meint ihr das ernst? Einfach so? Nach allem, was passiert ist? Wieso nicht? Das ist verrückt In Ordnung Ich kann zwar nicht für alle sprechen, aber ich gebe der Republik eine letzte Chance Wir folgen euch, Käpt'n Ähm Danke Für all das Und viel Glück Okay Das ist großes Talent Was war denn das? Oh Gott Okay 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 Ähm Ähm So Jetzt müssen wir dort hin Das heißt, ich muss mich wieder ein bisschen an den Seiten durchschmuggeln Ich versuche nicht so viel zu kämpfen Oh Gott Oh Gott Söchen! Musste ich ja doch kämpfen. Scheiße. Muss ich da hin? Nee. Muss ich hin? Da lang aber. Na ja, komm. Wie kämpft denn so ein Elite-Kämpfer? Hört mal, hab ich. Alter. Mit feigen Mitteln, so wie es aussieht. Oh, Kuh-Zylinder. Oh. Oh. Ähm, ja. Okay. Das sind nicht diese Codeteile. Programmiere Freund Feindmarkierung um. Ist aber nur Bonus. Alles klar. Alter, pass mal auf. Oh ja. Wenn du das noch mal machst. Ich einfach so wegbauend. Dann schiebe ich dir mein Lichtschwert in aller Wertes. Ungefähr so. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Hm, bei den ganzen Sicherheitsalarmen hatte ich mit mehr gerechnet. Bringen wir es hinter uns, Jedi, bevor noch mehr Zeit durch eure sinnlosen Störungen verschwendet wird. Es wurde schon genug Blut im Namen Rebans vergossen. Wir können es beenden, wenn wir zusammenarbeiten. Ich fürchte, daran bin ich nicht interessiert. Na klar! Das war doch klar. Äh, wo geht es da hin? Aha, okay, okay, okay. Ja, schön, 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 schön. Äh, hier gibt es einfach gar nichts. Wow. Wo muss ich jetzt da hin? Okay. Da lang. Ne, da lang. Ne, da lang. Hier lang. Kira, warum hast du dein Lichtschwert gezwickt? Wir springen uns hier durch, ohne zu kämpfen. Siehst du, Kira, so einfach geht das. Siehst du, Kira, so einfach geht das. Ich würde aber gerne noch ein bisschen aufdecken. Guck mal, der das jetzt nicht akzeptiert. Jetzt. Ach, ja, nee, lass mal. Ach, ja, nee, lass mal. Ach, ja, nee, lass mal. Hä? Hä? Was war denn das für eine Aktion? Ich folge einfach mal dem Spieler nicht vor mir. Ja. Der macht das schon. Ähm, ich muss da hoch. Zu dem da? Nee. Zu dem da. Ihr seid zurück. Die Rishi haben uns von Störungen in den Lagern erzählt. Ich habe mich um beide gekümmert. Teron wird in einer anderen Revaniter Festung in der Nähe festgehalten. Wissen wir etwas darüber? Die Anlage im Tal? Wir haben selbst gerade erst davon erfahren. Die Rishi sprechen von einigen Raumschiffen, die in der Umgebung versteckt sind. Revans Flotte. Genau. Und laut den Nova Blade Datenaufzeichnungen schreitet sein Plan rasch voran. Imperiale und republikanische Flotten nähern sich bereits. Das sind nicht nur kleine Patrouillen Gruppen. Beide Seiten haben ihre mächtigsten Kriegsschiffe versammelt. Sie werden von Darth Ma und Satil Shan angeführt. Ich habe bereits mit Meisterin Satil zusammengearbeitet. Ich kann sie warnen. Ich bin sicher, dass sie auf mich hört. Ich habe bereits versucht, beide Seiten zu kontaktieren, aber ich komme nicht durch. Sollten wir es doch schaffen, stelle ich sie sofort durch. Was wissen wir über die Revanita Anlage? Sie scheint die primäre Operationszentrale auf Rishi zu sein. Starke Sicherheitsmaßnahmen und es führt nur einen Weg hinein. Wenn wir es irgendwie schaffen wollen, Teron zu retten und diesen Flottenkampf zu vermeiden, müsst ihr sie frontal angreifen. Dann werde ich genau das tun. Wir helfen euch so gut wir können. Möge die Macht euch stets dienen. Baby, mir dient die Macht dauerhaft. Süßchen. Aber da ich jetzt dringend aus Klo muss, mache ich hier ein kurzes Päusle und bin gleich wieder da.